Was bringt mir das jetzt? Ich kalt und hungrig, bitte, hilf! Ah! Ist es wärmer? Ähm, ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast schon gut. Ja, toll. Fast schon gut ist. Besser als nix, aber trotzdem noch nicht ganz gut. So, wir sehen uns hier um. Da oben. Ah, da ist was zum Klettern. Und krabbeln und überhaupt da drüben, da müssen wir hoch. Das geht gar nicht. Mal gucken, ob wir da hoch können. Ah, das sind Felsen. Zerstören. Kazooie-Sprungplatte. Gut. Ähm, Kazooie-Sprungplatte episch vergeigt. Ja. So, kletter, kletter, kletter. Und stört uns jetzt irgendwas an unserem Klettertrieb. Sehen tue ich nix. Ja, schön. Wo kann man hier jetzt hin? Die Hülle ist so dunkel. Alter, schon wieder so einer. Ja, der ist wahrscheinlich auch kalt, oder? Komm. Besser. Ja. Ich muss die alle wärmen, die armen Typen. Ach, wie süß. Oh, 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 oh. Ich esse warm, aber immer noch hungrig. Fast von... von... gut, was... Ich... 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 Gut, jetzt hab ich die zumindest alle gewärmt. Ist ja auch schon mal viel wert. Schon muss ich die eigentlich alle wärmen. Ja, voll öde. Jumps, jumps, jumps. Die fressen alle. Achso, die wollen fressen, aber können sie nicht. Da kann man hochklacken. Oh. Da muss ich wohl mit Kazooie ran. Kazooie, komm. Dein Einsatz. Du musst ein Ei ausbrüten. Wo sind die Tauschplatten? Hier sind die Tauschplatten. Kazooie, tu es. Juh. Jetzt hätten wir beinahe den Vogel gegrillt. Da hätten sie nicht viel gehabt, ne? Oh. Ähm. B. So war. Fropf, fropf, fropf. Brüt, brüt, brüt. Klapper, klapper, klapper. Das ist eines meiner goldigen Kainen. Oh, ist es nicht süß. Ach ja, das haben wir ja auch noch, oder? Oder nicht? Ne. Doch. Jetzt habe ich alle vier kleinen, ja. Ne. Nur die Frage, wie ich denen jetzt. Ja. Sprichst du vielleicht mit mir nicht Dreck fressen? Ich erst warm, aber immer noch hungrig. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier nichts zu fressen finde für die. Ist das hier auch so? Da geht es raus. Rancho. Gut, aber wir waren zumindest mal da. Ist ja auch schön, ne? So, wo soll es hier jetzt was zu fressen geben für die? Hm. Ja, ich guck mal da hoch. Aber da waren wir ja schon überall eigentlich. Ich wüsste nicht, wo ich da was zu fressen gefunden hätte. Oder auch nicht gefunden hätte eben. Es gibt hier nichts. Nur ein roter Felsen. Schön. So. Da ist so weit eigentlich auch nicht wirklich viel. Ja. Ja, guck mal. Wir müssen auf jeden Fall mal ganz zum Vogel hoch. Oh. Das war, boah. Knapp, sag ich dann. Knapp. Puh. Das sollten wir auch mal wieder hoch. Moment mal. Rohrplatte. Genau, Rohrplatte. Wir wollen in den Gipfel oder auf den Gipfel, wie man das auch immer sagt. So, äh, oben auf dem Berg. So. Wartet mal, da drüben waren wir da schon drin in dieser Höhle. Ja, das war jetzt ganz klug, ne? Das kann weh tun. Ja, das kann nicht nur weh tun. Das tut auch weh. Äh, 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 äh. Wann nicht hier, ach hey. Na, das kann ja was werden. was ist das hier kann ich das zerstören vielleicht ist ja das was zu fressen aber stein steak war doch damals eh in oder nicht damals im prehistoriker er ist treuig kam ja dann gehen wir hin wo gehen wir hin wo gehen wir da ne Moment ja ich fall eh irgendwo hin ja kein Problem brauchen wir die Frage gar nicht stellen wo wir hingehen weil ich fall eh irgendwo hin toll wirklich toll naja gut ähm fliegen? ne fliegen geht nicht weil da kann man natürlich nicht fliegen wohl hier würden wir hochkommen ja dann müssen wir mit den Sprungen Rundschuhe und einfach vorangehen das kennen wir ja alles mittlerweile schaffe das auch mit Paravours so dann fliegt fliegen wir mal hoch mit dem Vogel wir machen jetzt eins nach dem anderen jetzt fliegen wir mal ganz nach oben ganz weit nach oben also nicht so weit ja Moment so weit wollte ich dann auch nicht was ist hier das sieht so verdächtig aus Moment nein das war doof aber das sieht verdächtig aus zerstören kann ich nicht zerstören okay sah aber verdächtig aus oder? stimmt ihr mir zu Leute so ach ja das war ja dieser stressige Weg nach oben ich erinnere mich, die haben ja mit irgendwas geworfen zu stören? ne zack genau, na gut dann eben noch weiter nach oben den Bienenstopp brauch man nicht Lass mal den Bienenstopp Bienenstopp er darf für heute leben so da wollte ich euch rauf über die goldene Treppe weil ich habe jetzt alle vier Vögel befreit Terrys Nest Terry? habe ich fehlt mir noch einer? 1 2 3 oder fehlt noch einer? fehlt ich dachte ich habe hier schon vier ok wo wird da ist das vierte Ei sein? sprich mit mir Terry zeig mir wo der ah meine vier Eier sind verschwunden bringen sie mir bitte zurück naja drei davon habe ich ja schon super wo wird das vierte Ei sich befinden naja gut da geht es noch doch naja gut ok also ich hier brauchen Alter ich habe hier voll viel noch vergessen in diesen Level stimmt ich habe das ja auch voll verweigert das Level weil es mich so weil so schwer war na nimm jetzt mal, dass ja das aber nicht da hab ich noch fast nie verwendet in dem Netzbläht uh ja kann sich schon angreifen Und guck mal mal, was da drin ist. Feuersäulenhöhle, boah, wo ging's da hin? Jetzt, Moment mal. Ist ja ganz was komisches, oder? Wie war das? Da ging's, glaub ich, in ein anderes Leib, wenn ich mich nicht irre. Mal gucken. Lass das. Nicht runterfallen! Alter! Ja, und immer fang ich hier an. Muss das denn sein? So, nächstes Mal. Nächstes Mal. Ähm... Ja, während wir den Vogelfeuer abschießen, bevor er uns abschießt, ne? So einfach ist das. Ich wollte da eigentlich gar nicht runter. Wieso bin ich trotzdem runter? Kann mir das irgendjemand erklären? Vermutlich nicht. Hier sind Tauschplatten. Wieso sind die hier? Kann mir das irgendjemand erklären? Vermutlich nicht. Naja. Ach, wisst ihr was? Jetzt machen wir mal eines, weil das vergesse ich sonst sicher wieder. Sprungschuhe. Sprungschuhe. Flugplatte. Und hoch. Das war ein richtig knappes. Und zwar in das tolle Becken. Da drüben ist das. Zu unser aller Freund, ähm, Trinkkippus. Keine Ahnung, wie der geheißen. Auf jeden Fall, wir haben ihm Wasser beschert. Und deshalb hat er uns ein paar Sorteile gegeben. Aber was ich auf jeden Fall nochmal angucken will, ist hier rein. Weil da waren wir drin in den Tunnel. Da war nix. Ist vielleicht jetzt was da? Eine Cheeto-Seite. Aha. Ich wusste es. Komm her. Wunderbar. So. Raus da, raus da, raus da, raus da. Weil jetzt brauchen wir es ja nicht mehr. Gut, gut, gut. Das haben wir es. Jetzt ist halt die Frage. Kommen wir hier mit Vogel wieder hoch? Theoretisch auch. Ja. Gut. Sagt er was? Ja, ich habe genug Wasser. Danke. Und er haut wieder ab. Toll. Mensch, bist du sympathisch, Freund? Naja. Hier hoch. Hier hoch. Ähm. Hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Teleport. Und zwar, 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 zwar. Oben auf dem Berg. Weil ich will da nochmal durch. Obwohl ich glaube, dass ich da irgendwo hinkomme, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Aber naja. Ja. Ja. Dachtest wohl, du könntest mich austricksen, du Vogel. Aber mich trickst man nicht so einfach aus. Ah, im Trampeltal. Ich weiß. Im Trampeltal. Da lagen noch 10.000 Sachen herum. Ach, ey. Das war eh, glaube ich, da hinten. Wenn ich mich jetzt nicht irren tue. So, zu allererst vernichten wir diesen Vogel. Aber so richtig. Nehme ich nicht mit irgendwelchen Eiern, sondern mit den guten Eiern. Mit den richtig guten Eiern. Was ich treffe. Ja, genau. So. Machen wir Flamme 1 kaputt. Ich mach nämlich Flammen kaputt, ne? Nicht wieder aufstehen. Alter. Boah. Boah. Leute, das Spiel mag mich, hab ich. Hab gerade gemerkt, das Spiel mag mich. Ne, doch nicht. Ich hab die schon ausgelöscht, theoretisch. Da war ja die Geschichte mit dem Trampeltal. Ach, herrje. Ach, herrje, herrje, herrje. Hey. Hey. Da müssen wir nämlich einmal mit Banjo alleine rüber. Warte mich jetzt nicht, wie das gehen soll. Ah, Banjo kann ja schlafen, ne? Hey. Frompf. Frompf. Super. Wie. Stimmt. Ranger muss hier nur schlafen. Warte Wölfe mal. Nee. Pff. Alter, was? Ich verdrück mich einfach 10.000 Mal. Irgendwann wird schon passen, ne? Ja, das ist meine Logik. Hey, Freunde der Nacht und guten Unterhaltung. Nein. Stampf mich tot. Aha. So. Kannst du nicht... Alter. So, leg dich rein. Ja. 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 Ja.